Herzlich Willkommen zu einem neuen Video wie ihr seht habe ich ein neues Team neuer er spielt mit Bellarabi so wie ich du scheiße Digger verpestlich Bellarabi wo es ist Bellar... achso das war gar nicht Bellarabi OHHHHH alles klar was passiert bei dir was ist bei dir Feinstäger Challahunglu Challahunglu ich zerstöre jetzt diesen 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 Kevin 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 Piszczek Digger Piszczek Piszczek Amnakon du hast ihn verletzt du Bastard du hast einfach Bellarabi verletzt Hummels genug amk amk was los heute achso Bellarabi geht wieder gut alles klar Müller 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 Alles klar Müller Würde dich nicht vorstellen Wir wissen alle dass sie ganz viel Freude haben werden Okay das ist Archie King Okay Ding hat... was hast du für Pace Noten Digger Nasri 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 Extra scheiße doch nicht geschafft Geil nice keiner läuft nach vorne Hohle gleich Lewandowski raus Hohle gleich Lewandowski raus Scheiße Das war Hand Digger Das war locker Hand bei dir Was läuft bei dir denn für ein Film? Entschuldigung Boateng Boateng Digger Chichirito ist zwar okay aber rast mal nicht gleich aus Komm mal wieder auf deine Base runter Jo Ari Du bist so ne geile Jugendfrau ne Das war aber ich gedacht Achso scheiße Schuss Das war nicht mal geplant Ich wollte eigentlich foul Und dann kommt auf einmal Schuss Mario Ja welcher Mario Mario und gott Es gibt auch Mario Bela Rapp Als wenn Muschi Muschi Ich mach jetzt auf Defensiv Jetzt reicht's Ich hab Mats Hummel Ja AMK AMK Ja Nein Erste Tor Mit Bela Rapp Schau euch das an bitte Das war ein bisschen Schön Und die lässt sich dann natürlich nicht mehr nehmen Und für den Keeper Weiter geht's Und nach 20 Minuten klingelt es hier also zum ersten Mal Ähm Ähm Gündogan Komm Gündi Toni Groß Alles klar Kann ich auch Ja Hä Soll ich nochmal Den hast du jetzt nicht gemacht den Move Hernandez Chichirito Chichirito Schau mir bald Bastian ne Basti Ruhig dir nicht Bastian Schweinsteiger Genau den werde ich mir bald holen Scheiße Ähm Wir haben fast Robert gekauft ne Der liebe Robert Lewandowski Ich hab mir fast gekauft Aber der waren dann doch ein paar tausender mehr Ah no Das Uh 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 Nein Lass mal übelfaul digger Alles klar Den move hast du jetzt nicht gebracht ne Scheiße Scheiße Bist Jack Scheiße Katja Stürmer noch Was immer noch den fehler oh mein gott machst du immer noch diese dumme ding klasse Jetzt wird sein fehler sein groß du hast so ein glück du solltest nicht passen wie oft soll ich es noch sagen tony Oh Ey das war aber wirklich ein schönes tor von Piss Jack digger Piss Jack Ladi ist ne Party Okay In die Ecke Und dann fliegt er wieder raus Alle fliegen heute bei mir aus der Party Sei mal kurz leise Ein bisschen intensives spiel ja ich zerstöre gerade paul sowas von der paul schluckt egal paul schluckt Paul Doch doch ist er ja kann ich mich hören deswegen hat er mich angerufen Oh no Oh no Oh no Junge er ruft er hat mich angerufen Wie hofft ihr euch noch sagen Amk was das für ein schuss Ja aber wie schön ich ihn abgefangen habe Okay Foul Spaß Was Danke Danke Das sind gepasst Warum schenkst du mir Tore paul Und er kommt an den ball Und er kommt an den ball Ich darf jetzt nicht spielen Ich probiert dein Schuss Ne ist das Tor Müller Erste spiel Erstes Tor Ha 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 Hast du noch neno drin Paul Wer steht bei dir drinnen Ein Tor Piss Jack hat einfach ein Tor Ha 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 Was sagtest du Von der entscheidung sprechen Leno ist bei mir ein Tor Oh mein Gott Was habe ich für einen schlechten Torwart fällt mir gerade so auf Danke Gute Ballführung Gute Ballführung Und das will er jetzt alleine machen Gute Ballführung Gute Ballführung Gute Ballführung Und das will er jetzt alleine machen Gute Ballführung Gute Ballführung Wartet kurz Das ist mein Team Schaut euch an Das sind die Auswechselspieler habe ich voll vergessen zu zeigen eigentlich Da Ja Ganz ok ne Ich tu mal wieder ihn hier rein oder Nein Nein Nee Ist ja wichtig Mein linker fliegt Ja man hört dich Du bist ja hier Danke fürs nächste Tor, achso doch nicht, schade, schade, habe ich mal ein bisschen, alles klar wie ich dich gefault habe, aber egal, YOLO, nächstes Tor, nächstes Tor, Müller, Thomas, was? Bellarabi, guck mal, ey, das war aber wirklich ein Glückstreffer, ich wollte erst mal passen, ich wollte erst mal passen, oh mein Gott, Bellarabi ist so ein guter Spieler, ne, vier Tore in der ersten Halbzeit, Bitches, Götze, Manuel, Manuel Götze hast du gerade gefault, rot, digga, rot, schade, Django Lungolo, ich habe dir das geschenkt, hier, kannst du ein Tor versuchen, Django Lungolo, Hernandez, Hernandez, Gutes Tag legen, gute Zweikampfführung, man kann es drehen und wenden, wie man will, das Ding ist, Wie ich gerade Dings, das zerstöre, ne, diesen lieben Paul, aber der Fighter, Spiel nicht zu Ende gehen sollte, also falls es nicht bis zum Ende, also wenn ich es nicht in 15 Minuten schaffen sollte, dann tut es mir leid, egal, vielleicht kommt die Fortsetzung in einem separaten Video, aber, ja, mit Paul, hör mal, sag mal was, Paul, Junge, bist du mir behindert, ja, ich mache auch ein Video, hast du es nicht bemerkt, ja, ist doch dasselbe, Junge, starte doch einfach, du Bastard, wen hast du ja jetzt eingewechselt, Paul, wen hast du da eingewechselt, das gefällt mir, oh no, das gefällt mir gar nicht, Benzema, du Hure, warum nimmst du denn immer mit, er ist wirklich, Benzema, er ist doch so, Benzema, Benzema, gleich Benzema, alles klar, macht den selben Fehler wie ich, also ich mache, ich mache einfach mit diesem Move und dann ist es vorbei, bitte, das Leben ist ein Geben und Nehmen, jetzt möchte ich wieder nähen, danke, es ist Ecke, verkackt, ja, ich habe auch noch ein zu harter Abwehr, Digga, würdest du, dass es am Ende 8-0 steht, schade, den hole ich, Bellarabi, Bellarabi, du hast Ödpark oder sowas, keine Ahnung, Toprak oder so, oh no, das wird ein Tor, das wird ein sicheres Tor, das wird ein sicheres Tor, oh mein Gott, oh mein Gott, peinlich, peinlich, Paul, hol die neuen Spieler, ohne Spaß, das geht, oh no, oh no, oh no, nein, egal, nicht schlimm, also jetzt kommt das, war eh nur ein Elfmeter, von daher, Piss Jack, tschüss, Piss Jack, er ist R.V., der muss schnell sein, guck, der muss jetzt wieder schnell zurück, das könnte die Gelegenheit geben, das könnte ein Scheiß, er will sweaten, oh mein Gott, mach was, hast du das gesehen, was der Torwart gemacht hat, hast du das gesehen, der Hurensohn, er wollte so ein Dings, er wollte sich trollen, Digger, hat sogar geschafft, guter Körpereinsatz hier, gut gemacht, den Ball unter sich, kein Elfer Bitches, was, was, oh mein Gott, den muss er besser spielen, so geht er bei uns aus, bei wo, Götze, souverän, er hat den Ball, sauber gelöst, er holt sich den Ball, Thomas Müller, äh, das ist Dings, ja, ja, war schon klar, was ist, ja, ich weiß, aber ich weiß nicht, ob es mir, wie viel sind da drin, wie groß sind die Dinger, ja, ich habe einfach groß, okay, D-Büller, also ich möchte eigentlich A-Büller, ich möchte eigentlich A-Büller, abgewährt, und festgehalten, klasse gemacht, Foul, Digger, Foul, Digger, Foul, du hast mich ja richtig vergewaltigt, das war eine Vergewaltigung, was du da gemacht hast, Digger, ist okay, ist zwar Müller, aber Jolo Swag, raus, raus, Oh mein Gott, zum Glück nix, ja, ich werde das Match gewinnen, ich bin der Man of, Dings, ich bin der, Scheiße, meine Pizzas fertig, bis gleich, was ist wohl so, wenn ihr mich hört, ist wohl so, spaßig, Einfach, denn Video, die haben wir nicht, das jetzt schon, das ist schon, das ist schon, das ist schon, hoffentlich schneidet ihr das, aus, die Pizza war kurz vorm schwarz werden, Digger, hat das Spiel neu angefangen, mach mal du Pause Paul, ich gebe dir den Ball, okay, mach Pause, was ist, Ladi, ach so, kennst du diese viereckigen Dinger, die explodieren, diese viereckigen Dinger, die so richtig explodieren, die mag ich übel, Bladi, äh, Paul, mach weiter, ja, okay, geil, da, nehmt ihr den Ball, sehr gutes Deckling, hat der Junge, und Müller, ja, diese Kubikdinger, ich kenne mal einen Ständer, wenn ich sie sehe, das spüre, morgen, ja, aber versuche mal irgendwo morgen einen Laden aufzufinden, gut, abseits, abseits, Dinger, was zum abseits, was, schießt er ihn rein, ja, nein, Müller hat einen schönen Schuss, aber,